In der Nacht zum Montag kam es zu einem Brand in Neugersdorf. Gegen 0.45 Uhr wurden der Freiwilligen Feuerwehr Flammen in einem Gebäude an der Lessingstraße gemeldet. Es wird als sozialer Möbelmarkt und Teppichhandel genutzt. An der Rückseite standen Mülltonnen in Flammen. Sie hatten sich bereits auch in einem Raum des angrenzenden Gebäudes ausgebreitet. Die Kameraden konnten den Brand rasch bekämpfen. Anschließend wurde das auf drei Etagen stark verrauchte Gebäude belüftet. Die Werner aus Neugersdorf und Ebersbach waren mit zehn Fahrzeugen und 33 Mann im Einsatz. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Die Lessingstraße war im Zuge der Löscharbeiten voll gesperrt.